Polizeofficer! Polizeofficer! Ein harter Tag. Wo bin ich? Sie sind tot, aber sie besitzen Fähigkeiten, die wir benötigen. Also möchten wir, dass sie zum R.I.P.D. kommen. Dem Rest in Peace Department. Ihre Aufgabe ist es, dead auszujagen. Böse Seelen, die vor dem jüngsten Gericht flüchten. Das ist ihr neuer Partner? Nein. Musste dir das verdienen. Mitkommen. Wir sind die besten Gesetzeshüter, die jemals lebten und starben. Für einige Seelen verstecken sich unter den Lebenden. Verdammt! Zwischen welche Augen soll ich dir bloß ballern? Da wär noch was. Du siehst nicht mehr so aus wie du und du hörst dich auch nicht mehr so an. Und wie sehe ich jetzt aus? Ach, echt? Ein alter Chinese? Was ist mit ihnen? Ich schätze, sie haben gewonnen, Roy. Bist du bereit? Stanley Nowicki. Gesundheitsamt, guten Tag. Wir vermuten, dass sie vielleicht tot sein könnten. Okay, nein. Ein Geschenk an sich. Nein. Ich werde nicht zu nahe kommen. Schön locker bleiben! Wie du siehst, können wir eine ganze Menge einstecken. Tut trotzdem weh. Du, was habe ich noch nie gesehen? Falls die Toten gewinnen, war es das für die Lebenden. Wir haben den falschen Ort gewählt, um sich zur Wehr zu setzen. Diese Welt ist für die Lebenden. Und R.I.P.D. wird dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Hell, Gott! Ja! Ist doch arzt reingelaufen! Solange die Welt nicht untergeht. Mal Spaß, oder? Schön locker bleiben! Na los, komm schon! Wie viel schätzt du? 40 Millionen. 40 Millionen Dollar? Aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich.